Au! Was ist denn los? Achso, wieso machen wir das nicht so? Wieso kommen denn da nicht rein? Entschuldigung, alles gut. Ja, da kommt nur einer rein. Ne, du kannst ja jetzt. Ich hab noch kein Licht angemacht, deswegen. Ich dachte auch, das würde reißen, wenn ich da einfach nur mit davon hinlaufe. Aber scheinbar nicht. Ich glaube, wir haben die Orks abgehängt. Alle zum Ufer! Was ist denn das? Mach das nochmal und ihr seid tot. Verzeihung, aber ihr seid wohl aus der Seestadt. Dieser Kahn, den ihr da habt, der wäre nicht zufälligerweise zu mieten? Wir brauchen Essen, Vorräte, Waffen. Könnt ihr uns helfen? Ihr braucht die Erlaubnis des Bürgermeisters, um in die Seestadt zu kommen. Ich wette, in die Stadt kommt man irgendwie auch ungesinn. Ja. Aber dafür... bräuchte dir einen Schmuggler. Und dem bezahlen wir das Doppelte. Oh Gott! Was ist denn hier los? Wieso muss ich schippern? Weil ich ein Elbkling bin? Äh, ein... Ob ich... hm. Bin ich richtig oder du richtig? Beide. Äh, nice! Endlich! Hab ich's verstanden ihn. Kann ich einfach da durchschnurren und alles kaputt machen? Oh! Waaah! ÄH! das bad tut mir leid der weg in die stadt muss frei bleiben wir warten auf ein fischerboot wenn du also keinen fisch in den fässern da hast du hast du leider warten müssen wenn es einfach ist er hört um aufzuschubsen ok freut mir ich folge dir schon man darf uns ja nicht hin wir sind ja ein fischer und nur mit fisch kommen wir auch in die insel in die stadt rein ach so wir schmeißen die dinge gerade in die dinge rein sieht doch nicht so aus aber ja ja deswegen habe ich mich auch gerade so gewundert natürlich sind da unsere kollegen noch drunter aber die nehmen halt ein schönes fliechbad ich bin klein und die stadt schleichen und muss ich nach der gefangenschaft bei den elben neu ausrüsten weil das sie noch überhaupt nicht auffällt da bist du ja ich war so in sorge wir haben euch für waffen bezahlt aus eisen geschmiedete schwerter und äxte wir haben euch für waffen bezahlt aus eisen geschmiedete schwerter und äxte man findet nichts besseres außerhalb der waffen kammer der stadt alle geschmiedeten waffen sind dort unter verschluss alles klar man ist ja fast möglich waffen kammer in seestadt auch ein gutes deutsch waffen kammer in seestadt die waffen kammer der seestadt vergessen wir halt mal einen artikel ist kein problem man hat uns beigebracht entschuldet deutsch ist wichtig aber da machst du waffen kammer in seestadt ey vladimir nicht vladimir ja gut vladimir kann man aufnehmen aber fisch komm mal her fisch fisch witziger fisch ja hoch mit dir äh äh hallo hallo fuck nimm doch den und dann nimmst du den gehst du da jetzt runter jetzt kommst du naja ja 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 Eine Zwergenwindlanze. Nur ein schwarzer Pfeil, von einer Windlanze abgeschossen, kann die Haut des Drachen durchdringen. Der Tag, an dem Smaug Tal zerstörte. Hätte er damals sein Ziel nicht verfehlt, wäre vieles anders gekommen. Sobald wir die Waffen haben, brechen wir sofort zum Berg auf. In ein, zwei Tagen zumindest, wenn die Amazon-Bestellung durch ist. Ja, wirklich. Mach mal Feiertag. Was, wieso Feiertag? Feier mir das denn. Du hast ja Geld verloren, du hast natürlich nützlich ausgegeben. Ja. Nur das Beste für unsere Videos. Ey, du darfst bauen. Wir haben ja alles, ne? Easy. Ich würde es nur noch, wenn wir nichts hätten. Oh Gott. Pure Zerstörung. Übrigens, falls du... Was ist das denn? Kannst du das schieben. Gut. Ja, genau. Festhalten. Mach du mal wieder. Ah, ich habe eben schon gemacht. Das ist so richtig. Oh, fauler Hund. Na klar. Ähm. Jo. Jo. Gleich. Du musst ja nur wissen, was ich habe. Aha, ein Katapult. Wieder mal. Wo ist die Sau dafür? Ja. Die Sau, die kommt noch. 20.030. Das ist seine Geschenke. Das ist seine Geschenke. Ach, hast du gesehen, wie schnell es da oben gelb wurde? Au. Wir machen Funki, Funki, Funki. Jetzt kannst du mich da auch Feuer nehmen. Jetzt kann ich Feuer nehmen. Jetzt kann ich Feuer machen. Und jetzt kann ich auch da reingehen. Weil, wenn da irgendwo zwei Puppen sind. Kaputt machen. Zwei Puppen. Au. Was ist denn los? Ach so, wieso machen wir es nicht so? Wieso kommen denn da nicht rein? Entschuldigung, das ist gut. Ja, da kommt nur einer rein. Ne, du kannst ja jetzt. Ich habe noch kein Licht angemacht. Ah, Entschuldigung. Habe ich noch nicht so sieben. Ich dachte auch, das würde reißen, wenn ich da einfach nur mit der Fackel hinlaufe. Aber scheinbar nicht. Also, die gehen mal schnell wieder baden. Ja gut, so einfach ging das. Schauen wir mal, ob das Katapult wieder kaputt gemacht hat. So bist du ja. Ja, hier. Wollen wir uns dauernd schwer? Ich wollte gerade sagen, das war ja keine Aufgabe für uns diesmal. Ja, auch mit einem Stapfen zu wischeln. Nö. So, ich brauche hier mal die gewaltige Kraft eines Freundes. Komm, ich hänge fest. Befrei dich doch, nimm doch einen anderen. Oh, jetzt geht's. Das ist ja da hinten. Sehen wir uns. Toll. Oh, ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Wollen wir natürlich dran. Ja, ich seh, dass du den Fall hast. Du bist gut. Die Frage ist... Es hat hier zumindest das nächste Schwert. Aber da wollen wir ja noch nicht hin. Nee, nee, hier ist noch viel. Ja, ich seh was. Kannst du... Komm mal her. Kannst du da... Nee, du solltest da schon... Kannst du da hoch? Moment, Moment. Vielleicht kann ich nicht auswählen. Komm. Kannst du ein Netz auswählen? Ja. So. Und jetzt... Ich kann nicht loslassen. Ich kann wechseln. Toll. Ey, ihr seid doch scheiße. Hm. Nee. Ich glaub ich das nicht kann. Digga, es kommt keiner an. Wieso hab ich mich denn jetzt gerade selbst verletzen? Oh. Mein Glück, das muss ich nicht. Loll. Der mit seiner Steinschleuder. Ist dein Ernst? Ah. Also manchmal... Ja. Mit uns auch noch schwer. Kann doch nicht sein hier. Da oben ist das. Jaja, aber... Du kommst... Ich vermute, da kommen nur die Elben dran. Weil die Elben halt höher springen können. Weißt du? Ja. Warten. Der Kitsch halt wirklich noch dahin. Christ. Was ist das für ein Aufruhr? Wir haben sie geschnappt, als sie Waffen stehlen wollten, Herr. Wir sind die Zwerge Erebors. Und wir sind gekommen, unsere Heimat zurückzufordern. Tod! Das werdet ihr über uns bringen. Habt ihr vergessen, was mit Tal geschehen ist? Und vergessen wir auch nicht. Es war Girion, der Fürst von Tal. Euer Ahnherr, der die Bestie zu erleben versäumt hat. Girion löste eine Schuppe unter dem linken Flügel. Noch ein Fein und er hätte die Bestie getötet. Das ist ein Kindermärchen, Kleiner. Wollt ihr teilhaben an dem großen Reichtum unseres Volkes? Was sagt ihr? Ich sage es euch. Willkommen, Phönisch unter den Bergen! Möge eure Rückkehr allen Glück geschehen! Du nicht. Komm nach, wie du gesund bist. Ich bleibe bei den Jungen. Kili ist krank. Nein! Von Zwergen habe ich genug. Verschwindet! Ich brauche Kräuter. Habt ihr kein Königskraut? Nein, das ist Unkraut. Damit füttern wir die Schweine. Genau. Und schon bekommt das Schwein eine ganz große Hauptstory. Guck sie an. Edgar! Komm mal her! Wirklich? Ist doch jetzt vor allem nicht mehr vorbei. Edgar ist Teil unserer Geschichte. Finde ich aber Togo. Ich folge. Fisch! Aua! Entschuldigung. Das war doch natürlich ich! Ja, das weiß ich doch. Ich kann dich einfach nicht kaputt machen. Oh Gott. Das war knapp. Der fuck? Oh, warte, bevor du eine Ziege befreist, die letzte. Mach gar nichts. Hier muss noch irgendwo gedöhnt sein, was man kaputt kloppen kann. Das kriegst du nicht kaputt irgendwie. Irgendwo hatte ich dieses komische Zeugs. Warte, was ist denn das, ey? Hä? Boah, sieht sich schnell. Was, ein Schaf. Leute, meine Zähne. Boah. Nice. Heizen die Lern dran ist fertig, füns. Im Ernst. Ja, Leute. Genau, genau so wird's gemacht. So, nicht anders da. Kann man nur so däblich sein, ey. Leider. Was ist auch Edgar? Edgar will nicht. Das ist das jetzt, die Sau. Kost. Was ist das? Gehirn, aufgör an ihn! Tor! Er hält nicht mehr lange durch. Atelas. Was habt ihr vor? Ich bewahre ihn vor dem Tod. Haltet ihn fest. Wow, Kuli. Kulia, komm! Wettet ihr zusammen? Ja, we're getting this. Coming back soon. ... Den nächsten Kampf dazu machen. Folg mir. Oh, oder folg mir nicht. Dazu geht's mir auch. Das ist doch... Ah! Warte, ich bin ja schon weg. Ah! Wie ich den Blauen einfach nicht einsammle! Scheiß auf alles. Scheiß auf alles, okay. Alles gut, alles gut. Ich beruhige dich. Na aber... Da! Sein Scheiß Ernst. Du kriegst den Fisch da hinten? Ich bin dabei. Achso, Linda. Ja gut. Schmeiß mich einfach raus. Oh Mann. Ich will das Dings da hinten treffen. Da. Loll. Ist das dein Ernst? Du kriegst das wieder nur mit dem Dings hin. Wahrscheinlich. Das ist doch... Das ist doch echt dumm. Wenn... Du bist eine dumme kleine Fotze. Frauen können nichts. Nichts können sie. Habt ihr's gehört? Und wir haben ihn gesetzt. Wir haben ihn gesetzt. Wir haben ihn doch was. Ich kümmere mich um Dino und du, Master. Und ihn da zu Ende. Ja, das ist falsch. Das tut. Das tut. Gold. No. Ja, genau auf den! Alles klar, aber dieser Ton dazu, ey. Ha, ha, ha! Vater? Drachenfeuer und Verderben. Der Drache, er wird uns alle töten. Nicht, wenn ich ihn zuerst töte. Ein schwarzer Pfeil! Warum hast du mir das nie gesagt? Weil du es nicht wissen musstest. Ach, ihr seid es wahr. Versteck ihn gut. Niemand darf ihn finden. Ich werd schon mit denen fertig. Geh jetzt! Du stehst unter Arresten. Was werft ihr mir vor? Alles, was den Bürgermeister genehm ist. Oh, Mann! Oh, Mann! Der Pferd des Bärkönigs. Ein Bärmeempfang! Aua! 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 Wir schaffen nicht mehr wie zwei. Hä? Ich dachte, wir hätten fünf oder sogar... Warten zwölf! Ja, locker mindestens. Ach, ey! Mann, ey! Das ist eine schon große Karte, ne? Das ist eine schöne große Karte, ne? Nein, das ist... Diese grünen Punkte, was bedeuten die? Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Freigeschaltete Orte? Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht Missionen, so Mini-Missionen oder sowas. Das wär aber ein bisschen viel. Das ist dann für den Stream gedacht. Ja, genau. Warum denn dieser eine Punkt da unten? Ist das deren Ernst? Haben wir es? Nö, nö. Da kommt noch was. Aha. 17 goldene Steine. 18 goldene Steine. Weiße. Stink ja. akosn Vielen Dank.